Was ist denn das? Von der Steffi. Sie sagt Danke für eine Kinderflomie, die Puzzart gesponsert hat. Puzzart hat sie gerne gesponsert, damit sie schneller noch mehr verkaufen können. Und jetzt haben alle Kinder unseren Fingerabdruck hinterlassen. Ja, cool. Danke Steffi. Wir freuen uns auf eine nächste Kinderflomie. Puzzart wird auch wieder mit dabei sein. Im Frühling ist ja der nächste Flomie. Im Trauer noch.